Die besondere Atmosphäre dieses Ortes, wir verlassen gewissermaßen die Gegenwart und tauchen ein in eine unberührte Naturlandschaft. Die Körböckchen und die Körböckchen und die Körböckchen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist der Fall. Wir können nun die abgenommene Alkitrafe, so wie es hierzu existiert wird, wo wir wieder aufgesetzt werden. Da stehen drei Tempel, noch mehr oder weniger gut erhalten, seit 2000 Jahren aufrecht. Einer oben am Berg unter dem Chevenaga, der riesengroße Amun-Tempel und unten im Tal im Wadi, der Löwentempel, der schon vor über 180 Jahren die Aufmerksamkeit der frühen Reisenden geweckt hat. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.